Die Sonne scheint und es sind 23 Grad und wir laufen hier schon im T-Shirt rum. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind jetzt gerade am Stuttgarter Flughafen und für uns geht es nun, wie schon im letzten Video erwähnt, endlich nach Teneriffa. Wir sind alle wieder gesund, nachdem wir diese Woche alle einmal schön platt lagen mit dem Magen-Darm. Richtig toll. Ja, nicht. Und jetzt sind wir am Stuttgarter Flughafen. Erstmal schon mal ein extra Tipp, wenn ihr von hier fliegt, hier gibt es die Möglichkeit, im Terminal 4 durch die Sicherheitskontrolle zu gehen. Und da sind die Schlangen einfach mega kurz. Wir wurden da vorhin hingeschickt und das kann man eigentlich immer machen, weil man von da auch super zu den anderen Terminals kommt. Also können wir echt nur empfehlen, da mal auszuchecken. Moment, ich muss gerade mal schauen, wo wir hin müssen. So, jetzt sind wir im Aufzug und jetzt geht es zu unserem Gate und dann geht es gleich los. Junge im Kink. hinzu. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben es geschafft! Wir sind auf Teneriffa und der Kleine hat es echt gut gemacht mit dem Fliegen. Wir waren richtig überrascht und es ist super schönes Wetter hier. Die Sonne scheint um 23 Grad und wir laufen hier schon im T-Shirt rum. Mega cool! Und jetzt warten wir noch auf unser Gepäck. Und dann geht es noch über die halbe Insel zum Hotel. Und ja, wir haben schon aus dem Flugzeug den Vulkan gesehen, den El Teide. Und da wollen wir auf jeden Fall auch nochmal zumindest ein bisschen hoch. Da gibt es auch leichte Wanderungen, die man mit dem Kleinen machen kann. Und wir haben unseren Wanderführer dabei und da schauen wir mal die nächsten Tage, was sich da so ergibt. Wir nehmen euch aber auf jeden Fall mit. Wir warten jetzt schon bestimmt 20 Minuten bis eine halbe Stunde auf unsere Koffer. Also ein Kleiner ist schon da und der Kinderwagen ist Gott sei Dank auch schon da. Aber der Rest der Koffer, der lässt noch auf sich warten. Beide Koffer hintereinander. Ole, ole. Alles da. Im letzten Jahr bin ich nur mit dem Rucksack nach Bali gereist. Jetzt haben wir ein Kind und jetzt reisen wir so. Es ist unfassbar. Und wir sind die Letzten. Wir müssen jetzt los zum Bus. Wir machen diesmal einen auf Pauschaltouristen und sind mit der Touri geflogen. Und jetzt fahren wir ganz typisch deutscher Tourist hier mit dem Touri-Bus zu unserem Hotel. Aber wir werden nicht die ganze Woche diese typischen Touri-Sachen machen. Wir werden uns wahrscheinlich selber ein Auto mieten oder irgendwie selber mobil sein. Aber auf keinen Fall solche komischen Touren machen. Wir sind endlich angekommen und es ist immer noch so warm, dass man im T-Shirt draußen rumlaufen kann und nicht friert. Yay, voll geil. Auch hier auf Teneriffa feiert man Weihnachten. Und jetzt fahren wir mit dem Touri-Bus. So, wir waren jetzt auf unserem Zimmer und haben uns eingerichtet und jetzt gehen wir noch mal zum Supermarkt, weil wir noch ein paar Kleinigkeiten brauchen und weil wir wahrscheinlich die meisten Abende hier im Hotelzimmer verbringen werden wegen dem Kleinen, wollen wir uns auf jeden Fall noch eine Flasche Wein holen, die wir dann auf dem Balkon trinken können. Und ja, das Hotel ist erstmal sehr, sehr schön. Die Insel gefällt mir bisher auch. Es ist zwar sehr karg auf der einen Seite, aber hier auf dieser Seite ist es recht grün. Aber das werden wir dann in den nächsten Tagen noch erkunden und auch den Ort hier und überhaupt alles. Und jetzt geht es eben zum Supermarkt und wenn wir dann wieder da sind, dann gehen wir noch zum Abendessen. Lecker! Und dann werden wir uns auch erstmal hinlegen, weil wir sind auch echt platt, alle drei. Der Kleine ist noch ganz schön überfordert von der ganzen Situation mit dem Flug. Der hat das aber ganz super gemacht. Das hat alles wunderbar funktioniert. Also mit Baby zu fliegen war überhaupt kein Problem. Ja, und dann schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Mega kitschig, aber auch so lustig. Man fühlt sich überhaupt nicht wie Weihnachten hier, weil es einfach so warm ist noch. Wir waren jetzt gerade im Supermarkt und sind jetzt wieder beim Hotel zurück und haben leckere Sachen gekauft. Und jetzt gibt es dann gleich Abendessen. Vor allem müssen wir noch schnell duschen. Was ein schönes Hotel. Vielen Dank an dieser Stelle an unsere Freunde, die zu Hause sind, die uns das empfohlen haben. Die nämlich dieses Jahr auch schon hier waren. Wir sind richtig begeistert bis jetzt. Also es sieht richtig top aus und wir können uns sehr gut vorstellen, dass wir hier die Woche sehr gut genießen können. Jetzt ist es endlich Viertel nach acht und ich habe so einen Hunger. Ich bin schon halb verhungert und wir hatten nichts mehr im Zimmer außer Chips und Chips-Tüte aufzumachen. Und wer jetzt doof ist, weil der Krümel gerade eingeschlafen ist und naja, das war alles nicht so praktisch. Aber jetzt gibt es endlich was zu essen. Wir sind jetzt wieder zurück vom Essen. Der kleine Krümel schläft jetzt schon fast drin und deswegen bin ich jetzt mal gerade raus auf den Balkon gegangen, um mein Outro hier zu drehen. Es war super lecker. Wir haben versucht, nur auf spanische Sachen zu gehen. Also es hätte auch Pizza und Pasta und alles mögliche gegeben, aber wir wollten wirklich das spanische Essen probieren. Das war super lecker. Das kanarische Essen. Und ja, wir haben jetzt noch ein schönes Glas Rotwein zusammen getrunken und jetzt ist es eigentlich erst halb zehn, nur auch gar nicht so spät. Aber wir sind richtig, richtig müde. Wir haben letzte Nacht echt wenig geschlafen, obwohl der kleine sogar zehn Stunden durchgeschlafen hat. Aber ja, jetzt wird es dann mal nach dem langen und anstrengenden Tag Zeit für uns ins Bett zu gehen. Dann sind wir morgen auf jeden Fall wieder fit. Und ja, zum Thema Reisen mit Kind möchte ich noch sagen, dass das Ganze echt gut funktioniert hat. Ich würde euch echt den Tipp geben, wenn ihr mal mit so einem kleinen reist, dass ihr dann einfach den Flug versucht auf den Tag zu legen, dass der Kleine einfach nicht so aus seinem normalen Rhythmus gerissen wird. Also wir sind heute Morgen quasi zur gleichen Zeit aufgestanden wie sonst auch. Das war ganz gut für ihn und jetzt geht er zu einer relativ normalen Zeit ins Bett. Das passt auch. Und ja, wir haben im Flugzeug ziemlich weit hinten gesessen, was sehr hilfreich war, weil hinten auch auf der Toilette der Wickeltisch war. Und ja, wir da einfach ein bisschen mehr Ruhe hatten und niemanden so richtig gestört haben, wenn er denn dann mal geschrien hat. Obwohl er jetzt auch nicht so krass geschrien hat. Also es war alles total in Ordnung und total machbar. Und ja, bei Start und Landung ist es gut, wenn die Kleinen was zu nuckeln haben. Also wir haben einfach den Schnuller in den Mund gesteckt und dann hat er das eigentlich gar nicht so richtig gemerkt, das Ganze. Klar, war der Tag sehr anstrengend für ihn. Es waren natürlich auch viele Eindrücke. Wir merken das auch erst gerade beim Abendessen eingeschlafen, dass er halt einfach sehr viel verarbeitet noch. Aber morgen machen wir dafür erstmal einen chilligen Tag, damit er sich einfach so ein bisschen einleben kann hier. Und ja, wie gesagt, es war richtig schön, der Tag. Richtig anstrengend auch, aber wir sind froh, hier zu sein und freuen uns auf eine ganz, ganz tolle Woche hier. Und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Und ja, verratet uns doch mal, ob ihr auch schon mal auf den Kanarischen Inseln wart oder auf Teneriffa. Und ob ihr ein paar Tipps habt für uns, was wir unbedingt machen sollten oder was wir auf keinen Fall verpassen dürfen. Da würden wir uns drüber freuen, wenn ihr uns das in den Kommentaren hinterlassen werdet. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt noch einen ganz, ganz tollen Abend oder Tag oder Mittag oder Morgen, wann auch immer ihr das Video anschaut. Und dann sehen wir uns morgen wieder zum neuen Video. Ciao! Ciao!